Ich befasse mich schon seit eh und je mit dem Unterbewusstsein und möchte dir jetzt zeigen, wie du dein Unterbewusstsein positiv programmierst und wie du den Zugang zum Positiven findest. Gewisse Dinge im Aussen können in uns Ängste auslösen. Wir nennen diese Reize vom Aussen Trigger. Es gibt aber auch positive Trigger, das sind die sogenannten Anker. Anker erinnern uns an schöne Momente aus unserer Vergangenheit. Zum Beispiel, wenn du Zimt riechst und an Weihnachten denkst. Immer dann ist das ein positiver Trigger, eben ein Anker. Es gibt also Dinge, die erinnern uns an schlechte Erlebnisse und dann gibt es Dinge, die erinnern uns an positive Erlebnisse. Wichtig wäre es, dass du deinen Geist so programmierst, dass du dein Unterbewusstsein immer wieder an das Positive erinnerst, so dass du eben positive ausgerichtet bist und dich nicht ständig von irgendwelchen Dingen im Aussen triggern lässt. Es gibt sogenannte Ankertechniken und ich als Experte des Unterbewusstseins will dir beibringen, wie du diese Anker für dich findest, wie du eine ganz spezifische Ankertechnik anwendest, mit dieser Technik du selbst immer wieder zu innerer Ruhe, zu innerer Stärke, zu innerem Halt findest. Programmiere also dein Unterbewusstsein in Bezug auf das Positive und sei so ein Stück weit unantastbar für all die Trigger im Aussen. Bist du bereit, dann setz dich bitte so hin oder leg dich so hin, dass du deine Augen für einen kurzen Moment schliessen kannst. Dann nimm einen tiefen, tiefen Atemzug und schliess beim Ausatmen die Augen. Mit geschlossenen Augen spürst du, wie die Entspannung in deinem Körper immer tiefer und tiefer wird. Stell dir vor, als könntest du bloß in deiner Fantasie durch dein linkes Nasenloch einatmen und durch dein rechtes Nasenloch wieder ausatmen, aber bloß in der Fantasie. Währenddem du dir dies vorstellst, fühlst du, wie die Ruhe in dir immer tiefer und tiefer wird. Du näherst dich all den positiven Erinnerungen deines Geistes. Begib dich in einen schönen Moment aus deiner Vergangenheit, in diesem schönen Moment, du ganz starken Halt und ganz starke Sicherheit in dir gespürt hast. In diesem Moment du dich, auch wenn bloß für kurze Zeit, du dich unsterblich gefühlt hast. In diesem schönen Moment du dich, auch wenn bloß für einen kurzen Moment, unbesiegbar gefühlt hast. In diesem schönen Moment du dich, wenn auch bloß für einen kurzen Moment, innerlich so richtig stark und sicher oder innerlich ruhig gefühlt hast. Schau mal, welchen schönen Moment deiner Vergangenheit dir dein Geist zeigt. Und nimm diesen Moment wahr. Greif ihn auf. Tauch in diesen Moment hinein. Und währenddem du dies tust, drückst du Daumen und Zeigefinger deiner starken Hand gegeneinander. Währenddem du dies tust, drückst du Daumen und Zeigefinger deiner starken Hand gegeneinander. Dadurch entsteht eine Art Kreis, der durch Daumen und Zeigefinger geschlossen wird. Währenddem du diesen schönen Moment denkst, speichelst du diesen schönen Moment mit Daumen und Zeigefinger. Du speichelst diesen schönen Moment in diesem Kreis. Dadurch entsteht wie zwischen deinem Daumen und deinem Zeigefinger eine Art Schalter. Wenn du Daumen und Zeigefinger wieder gegeneinander drückst, aktivierst du erneut diesen Schalter und damit auch diese schöne Erinnerung aus deiner Vergangenheit, damit auch diese schönen Gefühle des inneren Hals und der Sicherheit in dir. Wenn du nun Daumen und Zeigefinger wieder loslässt, spürst du, wie diese wunderbare Energie durch deinen gesamten Körper strömt. Den Arm hoch in den gesamten Körper. Du spürst, wie diese Sicherheit und diese innere Ruhe sich in deinem gesamten Körper verteilt. Mit dieser einfachen Übung kannst du immer wieder, wie mittels Schaltertechnik, deinen inneren Halt, deine innere Ruhe, deine innere Stärke reaktivieren. Bei drei öffnest du wieder deine Augen und fühlst, wie ruhig und innerlich stark zugleich sich dein Organismus fühlt. Eins, immer wacher und leichter. Zwei, fühle diesen inneren Halt, die innere Stärke. Und drei, Augen auf. Willkommen zurück. Mit dieser einfachen Übung sollst du dich selbst immer und immer wieder mit dem Positiven deines Geistes verknüpfen können. All diese schönen Erinnerungen sind dann in diesen Schalter vereint. Und wenn du diesen Schalter dann wieder aktivierst in schwierigen Situationen, das kannst du auch unbemerkt tun, das musst du dir ja nicht anmerken lassen, wird dein Unterbewusstsein unwillkürlich, eben unbewusst an diese schönen Momente denken. Dadurch fühlst du dich unbewusst stärker, freier und einfach innerlich ruhiger und sicherer. Wir nennen das sogenannte Anker-Techniken. Mit dieser Technik du jetzt einen direkten Zugang zu deinem Unterbewusstsein hast. Wenn dir diese Übung gefallen hat, dann wende sie immer und immer wieder an und programmiere so deinen Geist. Durch die Wiederholung soll die Übung immer intensiver werden. Mein Name ist Gabriel Palacios und wenn ich dir nun dabei behilflich sein konnte, zu innerer Ruhe, zu innerer Stärke und zu innerer Freiheit zu finden, so bin ich sehr, sehr, sehr dankbar.